So, wieder ein neues Info-Video hier auf unserem Kanal und zwar wurde ich von einigen Leuten jetzt schon gefragt Peric, sag mal, wie kann man eigentlich mit dir spielen? Kann man mit dir spielen? Muss man dafür irgendwelche bestimmten Voraussetzungen haben? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Und anscheinend haben es viele noch nicht mitbekommen, in jedem Video steht es in der Videobeschreibung. Deswegen zeige ich es euch jetzt heute einmal ganz genau. Und zwar geht ihr hier einfach auf diese View Your Chat Rooms Control Panel. Da geht ihr rauf, dann joint ihr hier einen Chat Raum und der Chat Raum nennt sich Gurke for Life. Da gebt ihr die Gurke for Life ein, drückt ihr auf Enter, kommt ihr direkt in meinen Channel rein, da befinden sich jetzt momentan 39 Leute drin. Und wenn ihr immer in diesen Channel kommen wollt, dann drückt ihr hier oben einfach auf Auto-Join und Startup. Dann seid ihr jedes Mal automatisch in diesem Channel, wenn ihr League of Legends startet. Und wenn ich Leute suche für Normal Games, dann schreibe ich immer hier rein, hey, wir suchen noch 2-3 Leute für Normals und entwarte ich euch direkt aus dem Channel hier, denn ich kann nämlich nicht alle Leute in meine Freundesliste einladen. Das geht leider nicht. Deswegen, wenn ihr mit mir zocken wollt, es gibt keine Begrenzung, ihr könnt, braucht noch nicht mal Level 30 sein, ihr könnt Bronze sein, ihr könnt Silber sein, Platin, was auch immer. Kommt einfach hier in den Channel rein. Und in dem Link, in der Beschreibung hier steht auch die TS-IP nochmal drin. Also nicht übersehen bitte. Also die steht echt unter jedem Video und auch nochmal hier in diesem Video. Also da halte ich mich eigentlich grundsätzlich immer auf, es sei denn, ich bin in Duo-Queues unterwegs mit anderen YouTubern. Aber ansonsten bin ich wirklich immer in diesem Teamspeak. Also wenn ihr mit mir spielen wollt, kommt einfach rein, kommt in meinen Channel rein und fragt mich einfach, ob ich ein Game mache oder ob ich gerade Bock auf ein Game habe. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, man sieht sich dann mal öfter. Der Channel ist momentan noch nicht so voll, aber hier lade ich, wie gesagt, immer die Leute ein. Ähm, veranstalte jetzt auch in den letzten Tagen etwas öfter mal solche, solche Games mit Abonnenten. Also würde mich freuen, wenn ihr alle mal da reinkommt in den Channel und auch ins TS vielleicht mal ein paar mehr Leute zu sehen sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder im TS. Bis dahin, viel Spaß, ciao. Bis dahin, viel Spaß, ciao.